Was geht ab, Leute? Heute ist wieder Sonntag. Das heißt, es ist wieder Vlog-Tag. Wieder ganz ungeschnitten. Ohne Skript, ohne Notizen, ohne gar nichts. Im heutigen Video will ich eigentlich weniger über mich erzählen, sondern würde gerne einfach mal ein bisschen mehr von euch wissen, dass wir auch so ein bisschen miteinander interagieren. Das macht immer ein bisschen mehr Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, dass ihr auch aktiv seid und so weiter. Es ist schon echt gut geworden und es freut mich auf jeden Fall. Es motiviert mich und ja, mich würde einfach gerne mal interessieren, aus welcher Gegend ihr kommt. Das muss jetzt nicht so genau sein. Ja, vielleicht euer Alter, damit ich weiß, was für ein Publikum sich überhaupt meine Videos anschaut und was euch am meisten gefallen hat bis jetzt von den Tutorials, was euch gar nicht zugesagt hat. Ja, könnt ihr gerne ehrlich sein. Einfach mal so euer Feedback geben und ja, was ihr vielleicht gerne lernen möchtet, ob ihr mehr Chorus lernen möchtet, ob ihr längere Chorus lernen möchtet oder mehr Grundschritte. Vielleicht wollt ihr auch, dass was Weibliches gemacht wird. Ja, ich kann auch gerne meine Trainerinnen Tutorials machen lassen. Das ist auch möglich. Das ist kein Problem. Schreibt das einfach mal rein. Wir machen mal so eine Art Kennenlernspiel. Ja, einfach in die Kommentare schreiben, aus welcher Gegend ihr seid, wie alt ihr seid, männlich-weiblich. Was sind eure Lieblings-Tutorials? Was würdet ihr gerne lernen? Ja, oder auch was für Musik ihr gerne hört. Und ja, das war's eigentlich auch schon im heutigen Vlog. Das heißt, ich halte mich heute wieder ein bisschen kürzer und nächste Woche dann gerne wieder ein bisschen mehr. Könnt ihr auch reinschreiben. Vielleicht wollt ihr irgendwas bestimmtes wissen von mir. Keine Ahnung, wie ich vielleicht zum Tanzen gekommen bin oder was ich so mache. Nebentanzen oder ja, eigentlich gar nichts. Aber ob ich das, keine Ahnung, meine Tanz-Story vielleicht oder wie ich das mit den Tanzstudios mache momentan. Keine Ahnung, letzte Woche habe ich dir schon erzählt, wie das momentan ist mit Corona. Aber ja, kann ich dann auch gerne. Also dann nächstes Mal. Schreibt es mal in die Kommentare, wie gesagt, was ihr gerne auch in den Vlogs hören wollt. Und dann überlege ich mir was. Und danke nochmal bis hierhin für die Leute, die mich bis jetzt begleitet haben. Und ja, denkt dran, uns gibt es auch TikTok. Einfach uns folgen und wir sehen uns morgen. Bis dann. Bis dann.